Ja, hier sind wir bei einem besonderen Bild, das auch von der Technik etwas noch mal aus dem Rahmen fällt gegenüber den anderen, die wir hier sehen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein sehr persönliches Bild für Sie. Ja, genau. Denn dieses Bild zeigt meine Mutter und mein Sohn. Und zwar, wie sie im Urlaub am Meer stehen. Sie spüren den Regen von oben. Mein Sohn spürt das Salz auf der Zunge. Im Hintergrund ist das Meer. Und wenn ich dieses Bild sehe, verspüre ich großes Glück. Für mich ist dieses Bild ein Stück vom Himmel. Und ich habe dieses Bild ausgesucht für diese Ausstellung, weil die Silhouette des Kreuzes ist im Menschen. Und für mich ist Gott da, wenn man sich freut, wenn man sowas erleben darf. Das ist einfach schön. Für mein Sohn war es übrigens das erste Mal am Meer. Und für meine Mutter war es wieder einmal das erste Mal. Mit dem Enkel. Mit dem Enkel. Ja, klar. Tschüss. Danke. Gerne.